Das ist richtig interessant. Ich habe so eine alte Lutherbibel und da habe ich früher gerne drin gelesen, als ich auch Protestant war. Die hat mir echt gut geholfen, katholisch zu werden. Diese ganze Prophetie beginnt mit der Ehrfurchtlosigkeit bei der Feier der heiligen Geheimnisse durch die Priester. Trotz dieses großen Wunders ging der Fräfler nicht in sich, sondern holte einen Hammer und nagelte die Hostie an die Tischplatte. Es gibt eine Kirche, wo Jesus jeden Tag in Fleisch und Blut anwesend ist. Aus welchem Grund willst du in eine andere Kirche gehen? Dieses kleine Stückchen Brot. Wenn das der Streitpunkt ist zwischen den Konfessionen, dann muss dieses kleine Stückchen Brot dann doch mehr Bedeutung haben, als wir annehmen können. Liebe Leute, mein Name ist Michael Valetzko. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Sendung mit Gordon Haupt. Gordon Haupt hat einen katholischen YouTube-Kanal gegründet, der heißt Katholisch in Deutschland. Checkt den, ich verlinke euch den und wir wollen heute mit euch über Kommunionhelfer sprechen. Kommunionhelfer sind Laien, die in der katholischen Kirche dazu eingesetzt werden, die Eucharistie zu verteilen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist das in Ordnung? Ist das eigentlich richtig? Dürfen diese Leute das? Sollen diese Leute das machen? Was sagt die Mutter Gottes dazu? Unter anderem La Salette, dort wird halt auch über den Frevel gesprochen. Und letztens habe ich ein Video gesehen von einem Priester, der bei der Wandlung Jesus gesehen hat. Also es gibt ein Video auf YouTube, das verlinke ich euch auch in der Beschreibung, könnt ihr mal reingucken. Der angefangen hat zu weinen und der Tränen überströmt dastand und gesagt hat, also der hat eine Vision gehabt, dass der Leib Christi auf dem Boden, wo die Leute hinkommen, plattgetreten wird, kaputtgetreten wird, dass Jesus im Prinzip auf dem Boden liegt und die Leute auf ihm rumtrampeln, weil sie den Herrn auf die Hand empfangen. Und er hat gesagt, ab heute gibt es die Kommunion nur noch in unserer Kirche, kniend und in den Mund. Fertig, aus, Ende. Ja, richtig. Ja, ist ja auch richtig so. Sag mal, gerade jetzt für alle Nicht-Katholiken, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, wovon wir reden. Es geht halt darum, bei der Heiligen Eucharistie, die Heilige Eucharistie ist das Herz der Kirche sozusagen. Der Herr Jesus in Fleisch und Blut gibt sich uns zur Speise und Trank. Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da bleibt ihr mir, ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das spricht der Herr Jesus Christus. Er gibt sich uns in Form eines Brotes, einer Oplate. Genau. Der Priester wandelt in Persona Christi Brot in den Leib des Herrn Jesus Christus. So wie er es auch tat in Lukas 22, Vers 19, wo steht, Jesus nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, dies ist mein Leib, tut dies zu meinem Gedächtnis. So, das ist natürlich die absolute Einswerdung mit dem Herrn. Wir nehmen den Herrn in uns auf. Und das ist halt die Eucharistie. Und deswegen muss man ehrfürchtig und andächtig die heilige Kommunion empfangen, weil es Gott ist, in Form des Brotes. Der Herr Jesus mit seiner Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, Fleisch und Blut, in der Form eines Stück Brotes, nicht im Brot, sondern es ist der Leib. Die Substanz ist der Leib des Herrn. Die Akzidenzien, die äußeren wahrnehmbaren Erscheinungen, Merkmale, die sind weiterhin das Brot. Da sprich ich mal von akzidenzieller und substanzieller Wandlung, haben wir letztens ja auch schon mal drüber gesprochen, vor einigen Wochen in so einem Video. So, auf jeden Fall deshalb, weil wir da den Herrn Jesus als Speise empfangen. Ich bin das Brot des Himmels und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt, spricht daher Johannes 6, 51. Deswegen müssen wir es andächtig, in einer anbetenden Haltung empfangen. Und die Kirchenväter, beziehungsweise auch die Geschehnisse und auch die Bibel, wie allein die heiligen drei Könige, wie die heiligen drei Könige zu Jesus zur Krippe gekommen sind, nachdem der Stern hat sie geführt, was haben sie gemacht? Sie haben Jesus angebetet. Sie sind auf die Knie gefallen und haben ihn angebetet. Ja genau, wo ist der neugeborene König der Juden? Und wenn wir seinen Stern aufgehen sehen, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Oder manche Besitzungen schreiben auch, um ihn zu huldigen. Sie brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Opfer da, weil es Gott ist. Ganz einfach. Das ist auch für uns, guck mal, der Stall beispielsweise, kann sie sehen, als Kirche, die Krippe als Tabernakel. Und das Jesuskind, der Leib des Herrn, die Eucharistie. Und wir sind auch aufgefordert, den Herrn anzubeten, auch in dieser sichtbaren Form, gerade in dieser sichtbaren Form. Stell dir mal vor, als Protestant, es gibt eine Kirche, wo Jesus jeden Tag in Fleisch und Blut anwesend ist. Aus welchem Grund willst du in eine andere Kirche gehen? Genau. Ja, frag dich das mal, weißt du? Ja, und da muss man darüber nachdenken, als Protestant, und das ist nicht gegen Protestanten, wie gesagt. Ich war selber Protestant, ich habe protestantische Freunde, wir sind alle Menschen auf Augenhöhe, weißt du. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, achte deinen Nächsten höher als dich selbst. Dennoch muss man für die Wahrheit einstehen. Und wenn man da mal aneinander gerät, dann ist das so. Genau. Man macht seine Liebe voller Art. Genau, und wenn es dann um die Eucharistie geht, das heißt, um dieses kleine Stückchen Brot, wenn das der Streitpunkt ist zwischen den Konfessionen, dann muss dieses kleine Stückchen Brot dann doch mehr Bedeutung haben, als wir annehmen könnten, weißt du. Das heißt, so wie du gesagt hast, dass diese akzidenzielle Wandlung nicht vollzogen wird, sondern es bleibt ja in Gestalt des Brotes, aber eine substanzielle Wandlung geschieht. Wenn das so klar wäre, dass das Schwachsinn ist, gibt es diesen Streit so lange nicht. Nee, klar, und vor allem wäre das nicht in der Bibel auch schon gewesen. In Johannes 6, Vers 66. 6, 6, 6. Genau, ganz direkte Nummer nochmal, das muss einen schon mal ein bisschen wachrütteln, wenn man das liest. Dort haben sich die Jünger, viele Jünger vom Herrn getrennt, weil sie nicht glauben wollten, dass der Herr Jesus sich selbst als Speise darreicht. Die Juden murrten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Und er sagte, Amen, Amen, ich sage euch, wer das Fleisch des Menschensohnes nicht isst und sein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Letztens habe ich noch in der Thora gelesen, die Träume des Josef, als er die Träume gedeutet hat, die Träume des Pharaos wurden von Josef gedeutet, mit den sieben fetten Kühen und den sieben fetten Ehren und den sieben mageren Kühen und den sieben mageren Ehren. Das bedeutet hat für die sieben Jahre Ägyptens den Überfluss und die sieben Jahre die Hungerjahre Ägyptens, sodass er dann halt zur rechten Hand des Pharaos erhöht wurde, als er die Träume gedeutet hat. Da sagt er auch, dass zweimalige Träumen, das zweimalige Eingreifen oder Wirken Gottes in diesen Träumen bedeutet, dass es von Gott eine festbeschlossene Sache ist. Das muss man sich mal überlegen. Und als der Herr Jesus die Eucharistie immer wieder bestätigt, gegenüber den Juden, die dagegen waren, sagt er immer, Amen, Amen. Das zweimalige festbeschlossene Amen, Amen, so sei es, die bedeutet Amen übersetzt. Überleg mal und Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Und das ist die heilige Eucharistie. Genau. Und auch der Schüler des Apostels Johannes, ich bin wieder am Erzählen, der sagt auch in einer seiner Briefe, ich kann dir meinen Link schicken von Online-Bibliothek, kannst du drunter verlinken, Bibliothek der Kirchenväter, sagt er auch, die Irrlehrer bestreiten, dass in der Eucharistie wahrhaft Fleisch und Blut des Herrn Jesus Christus zugegen ist. Welches Gott der Vater auferweckt hat. Also in der Eucharistie ist wahrhaft das Fleisch des Herrn Jesus zugegen. Und dann geht das Kapitel weiter. Entzieht euch diesen Leuten und flieht der Spaltung. Auch der Kirchenvater sagt dir schon, wie so ein Echo von Johannes 6,66, auch noch der Schüler des Apostels Johannes, wie so ein Echo darauf, sagt er schon, dass es auch darauf eine Spaltung geben wird, was die Eucharistie angeht. So sind wir heute. Aber das Schlimme daran ist ja, dass wir selbst in der katholischen Kirche heute mit so viel, ja, Gotteslästerung und, und. Ja, konfrontiert werden, ne. Ja. Diese ganze Handkommunion-Geschichte und diese ganze Kommunion-Helfer-Geschichte, das ist halt alles so ehrfurchtslos. Genau. Weißt du, letztens am ersten Weihnachtstag war ich in der Heiligen Messe, da war dann ein Priester, wo ich weiß, dass er auch die Mundkommunion verteilt, da war ich schon mal richtig erleichtert. Ja, als es dann soweit war, stand da ein ungeweihter Kommunion-Helfer. Der hat keine geweihten Hände und darf die Kommunion normalerweise nicht anfassen. Nein, natürlich nicht, ne. Der darf die auch gar nicht austeilen. Der Priester nimmt sie ja auch nicht, packt sie auch nicht mit anderen Händen an, sondern ich glaube nur mit diesen drei Fingern, soweit ich das weiß, oder zwei Fingern. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Deswegen, beim alten Ritus hat der Priester die Hände immer so zusammen, also wenn er den Leib des Herrn angefasst hat, bis er die Kommunion verteilt hat, der Kelch gewaschen ist und ihm die Hände gewaschen worden sind und er die Partikel im Prinzip getrunken hat, die auf den Händen sein konnten, dann lässt er erst die Finger auseinander. Ich weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast. Und wenn die den Kelch anheben, dann packt er den hier zwischen, also zwischen diese, also die Finger lässt er, hält er die ganze Zeit zusammen und hält dann den Kelch so hoch. Damit halt gar kein Partikel des Händes des Herrn... Genau, genau. Das habe ich schon oft beobachtet, aber da habe ich mich noch nicht nachgehakt, aber krass. Das ist der Grund, das ist der Grund, ja. Ja, heftig, ja und jetzt heute sind da manchmal sogar Frauen, die verteilen einfach die Kommunion. Ja, und eine Frau kann in persona Christi nicht fungieren, also sie kann nicht in persona Christi, eine Frau kann nicht in persona eines Mannes eine Aufgabe übernehmen, das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht sagen, ey, ich fühle mich diskriminiert als Mann, weil ich jetzt dem Kind die Brust nicht geben kann, obwohl ich ja auch eine habe. Nun, da kommt keine Milch raus, das ist ja Vernunft so. Ja, klar, ja und das ist auf jeden Fall, ja die Sache ist ja, wenn der Priester geweiht ist und spricht die Wandlungsforte richtig, ist es der Leib. Und wenn die Leute dann damit so freveln, dann haben die echt eine ganz schwere Sünde auf sich gelangt. Und der Priester auch, der Priester auch, der das zulässt. Ja, genau, der Priester muss das wissen. Das ist ein Aufruf auch an die Priester, dass man das den Laien verdeutlicht und sagt, hey, ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, in die Kirche heutzutage stürmen jetzt nicht Tausende von Menschen, dass man irgendwie Abhilfe braucht von Laien, um den Leib des Herrn zu verteilen. Das Wichtigste wäre, die Beichte anzusprechen, damit den Leuten bewusst wird, ob sie überhaupt den Leib Christi empfangen können, empfangen dürfen. Das heißt, erstmal die Beichte ansprechen. Und dann auch nicht irgendwelche Protestanten dann zur gemeinschaftlichen Abendmahlsparty einladen, wo man dann den, Paulus sagt, der ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Wer den Leib nicht unterscheidet, und wer unwürdig am Mahl des Herrn teilnimmt, der isst und trinkt sich Gericht, jetzt mal kurz zusammengefasst. Wer den Leib nicht unterscheidet, es ist kein Brot, sondern es ist der Leib des Herrn selbst. Auch wenn es aussieht wie Brot. Wenn man sich unterscheidet, wenn man wirklich meint, nee, das ist nur Brot, das ist ein Stück Brot, ein Stück totes Brot, nicht der lebendige Leib des Herrn. Man isst es, dann isst und trinkt man sich Gericht. Und das ist ja der große Punkt zwischen katholischer Kirche und protestantischen Kirchen. Sie glauben nicht an die Realpräsenz, wir glauben es. Wenn wir richtig liegen und du nimmst als Protestant daran teil, isst und trinkst du dir das Gericht. Und wenn die Priester, aber die katholischen Priester in, weiß ich, in irgendeinem Wahn einfach so Protestanten dann einladen, hier, wir sind alle zusammen eine Kirche jetzt und macht einfach mit, ob ihr das glaubt oder nicht. Ja, die essen und trinken sich Gericht und der Priester ist dafür verantwortlich in dem Moment. Also ich war mal bei einer Hubertusmesse, das ist ja der heilige Hubertus, der Schutzpatron der Jäger. Und zu dieser Hubertusmesse wurden alle eingeladen, natürlich gibt es ja katholische Jäger und evangelische Jäger. Und die Aufgabe des Priesters wäre gewesen, die Eucharistie empfangen darf, wer gebeichtet hat, das wäre seine Aufgabe. Und im Glauben der katholischen Kirche fest ist, also der katholischen Kirche angehört, der gebeichtet hat, also die Vergebung der Sünden bekommen hat. Oder seine Sünden zutiefst bereut. Das hat auch ein befreundeter Priester, der hat das immer gesagt, dass das die Voraussetzung ist, um den Leib des Herrn empfangen zu dürfen. Und damals, also in dieser heiligen Messe war es dann so, der Pfarrer hat dann gesagt, ja, alle dürfen, alle sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Das ist nicht nur ein Abendmahl, es ist ein Opfer, was wir kennen. Es ist das gottwohlgefällige Opfer, was schon der Prophet Malachi im Alten Testament vorhergesagt hat. Die Heiden, also die Völker vom Osten und Westen, also vom Sonnenaufgang, Sonnenuntergang steht da geschrieben. Sie werden kommen und mir eine reine Opfergabe darbringen. Und das ist die heilige Eucharistie. Also das Opfer der Juden ist Gott nicht mal wohlgefällig, dafür werden die Heiden ihm eine reine Opfergabe darbringen. Malachi, Kapitel 1, Vers 10 und Vers 11 müsste das sein. Und auch da sehen wir auch, gebt mal bitte die Bibel einmal. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und ich mag kein Opfer aus eurer Hand. Damit sind es die Juden gemeint. Ja, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern. Aufgang der Sonne Osten, Untergang der Sonne Westen, also die Heidenvölker, außerhalb Israels. Und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Herrscharen. So, das reine Opfer ist die Eucharistie. Denn die Eucharistie ist das vergegenwärtigte Opfer unseres Herrn Jesus Christus auf Golgatha. Er sagte ja, er hat sein Opfer ja selber vergegenwärtigt. Einen Tag vor der Kreuzigung hat er gesagt, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut, das für euch hingegeben wird. Also er hat das Opfer schon vergegenwärtigt, so wie der Priester es heute auch vergegenwärtigt. Es wird nicht wiederholt, sondern vergegenwärtigt. Darauf geht auch Matthäus ein, Kapitel 5, Abvers 23. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass sein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. So, die Gabe ist die heilige Eucharistie, die wir empfangen. Der Priester, der geweihte Priester wandelt sie, während er die apostolische Weihe, wo der Herr Jesus sagt ja zu seinen Aposteln, tut dies zu meinem Gedächtnis, diese Weihe gaben sie ja weiter. Das apostolische Priestertum, die apostolische Sukzession, quasi eine Art Stammbaum eines Priesters, der wirklich Schritt für Schritt bis zu den Aposteln zurück zu verfolgen ist. Und diese Gabe ist halt die heilige Eucharistie, das ist heilige Opfer. Das ist gottwohlgefällige Opfer, was er schon durch den Propheten Malachi vorhergesagt hat. Das wiederholt auch hier der Herr Jesus. Und nein, er meint damit nicht die jüdischen Opfer. Da gehen auch die Kirchenväter ganz klar darauf ein, dass damit das vom Propheten Malachi prophezeite reine Opfer der Heiden ist. Ja, und diese reine Opfergabe ist wirklich der wahre Leib des Herrn Jesus Christus. Und dann kann es nicht sein, dass es in die Hände verteilt wird. Da wird das genommen wie so ein Bonbon, ohne jede Andacht, ohne jede Ehrfurcht, ohne irgendwie einer knienden Haltung. Zur knienden Haltung haben wir noch eine Geschichte aus dem Buch Eucharistische Wunder aus aller Welt. Das habe ich übrigens von Gordon bekommen. Ich würde gerne vorlesen. Darf ich? Klar, mach mal. Das ist echt eine interessante Geschichte. Aber einmal ganz kurz, das ist auch, da geht es um Hostienfrebel. Das heißt, eine geklaute Hostie, die für schändliche Zwecke missbraucht wird. Und da gibt es auch viele eucharistische Wunder nach Hostienfrebeln. Dass er dann wirklich daraufhin, die Hostien anfingen zu bluten. Ähnliches. Ja. Der Hostienfrebel in der Rue de Bilet von Paris. Im Jahre 1290 begab sich eine arme Frau in die Biletstraße von Paris und versetzte dort bei einem Juden ihr schönstes Kleid. Als sie nach einiger Zeit dasselbe wieder auslösen wollte, verlangte der Pfandhausbesitzer einen derart hohen Preis, dass die Frau nicht imstande war, denselben zu bezahlen. Da machte ihr der Jude den Vorschlag, er werde ihr das Gewand unentgeltlich zurückgeben, wenn sie ihm eine konsekrierte Hostie verschaffe. Eine konsekrierte Hostie, eine Hostie, also eine Hostie, die die Wandlungsworte, also die durch die Wandlungsworte des Priesters zu Leib und Blut des Herrn Jesus Christus gewandelt wurde. Hostie heißt übrigens übersetzt Opfergabe. Wenn man da für alle Leute das nicht wissen, wenn die sagen, ja die Eucharistie verstehe ich schon, aber es ist kein Opfer. Nein, sogar die Hostie heißt Opfergabe. Okay. Ja. Wie du hast gelernt. Die gewissenlose Frau erklärte sich bereit zu diesem furchtbaren Gottesraub. Gottesraub übrigens stand früher unter Strafe. Weil dort der Herr Jesus leibhaftig gegenwärtig ist, in diesem scheinbaren Stück Brot. Genau. Sie ging am Osterfeste kommunizieren, bewahrte die heilige Hostie heimlich auf und trug sie in die Rue Bile. Der elende Kaufmann warf dieselbe voller Hass auf einen Tisch und stach mehrmals mit einem Küchenmesser darauf ein. Das heißt, dieser Kaufmann, wie es hier steht, stach mit seinem Messer auf die Hostie ein. Und diesem Mann, der nicht katholisch war, nicht Christ war, war es bewusst, dass das der Leib Christi ist. Es wird ja kein vernünftiger Mensch auf einem Stück Esspapier, in Anführungsstrichen, rumhacken und sagen, ey, ich möchte das jetzt zerstören. Da wird man sich ja bekloppt vorkommen. Das heißt, diejenigen, die nicht glauben, die nicht, nein, die nicht glauben, dass... Die Feinde der Kirche, die Feinde der Jesus Christi sind. Genau, die wissen, dass das Jesus Christus ist. Ja, die wissen, dass der Herr leibhaftig dort zugegen ist. Und zum Beispiel dieser Mann hier, der hat ja auch auf einen beträchtlichen Geldbetrag verzichtet. Der hat ja gesagt, auf ein Geschäft hat er auf jeden Fall verzichtet. Er wollte einfach nur diese konsekrierte Hostie haben. Und ja, es gibt da richtig einen Schwarzmarkt für. Raymond de Sousa, so ein amerikanischer Apologet, der hat auch einige Vorträge mit deutschem Übersetzer, der hat auch gesagt, dass aufgrund der Sandkommunion viele Konsekrierte Hostien geklaut werden, werden für hunderte Dollar auf Schwarzmärkten verkauft. Weil die Feinde der Kirche wissen, dass es wirklich der Herr Jesus Christus ist. Und anstatt sich zu bekehren, wollen sie ihn bekämpfen. Richtig. Aber der Herr Jesus sagte, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 19. Ich darf jetzt weitermachen. Matthäus 16, Vers 19. Genau. Trotz dieses, so, da begann aus der durchbohrten heiligen Hostie sogleich eine Menge Blut zu fließen. Trotz dieses großen Wunders ging der Fräfler nicht in sich, sondern holte einen Hammer und nagelte die Hostie an die Tischplatte. Als das Blut nun noch reichlicher floss, hielt er vor Schrecken inne und warf die Hostie, die heilige Hostie ins Feuer. Im selben Augenblicke aber erhob sich die heilige Hostie von selbst unversehrt aus dem Feuer und schwebte durch das Zimmer. Da packte sie der Gotteslästerer neuerdings und warf sie in einen Kessel siedenden Wassers. Das Wasser verfärbte sich sogleich blutrot. Die heilige Hostie aber erhob sich neuerdings in die Luft. In diesem Augenblick trat die Frau des Juden in die Küche und sah voller Schrecken Jesus, den Gekreuzigten, lebendig in der heiligen Hostie. Auch das Büblein des Pfandhausbesitzers hatte alles mit angesehen und die Schmähworte des Vaters gegen den Gott der Christen gehört. Der Kleine sprang nun auf die Straße und rief seinen Kameraden, die gerade in die heilige Messe gingen, zu. Geht nicht in die Kirche, denn euer Gott ist nicht mehr dort. Mein Vater hat ihn soeben getötet. Verwundert über diese Worte blieben Passanten stehen. Eine Frau beschloss der Sache nachzugehen und betrat die Küche des Pfandhauses. Dabei gewahrte sie voller Schrecken die heilige Hostie in der Luft. Sie kniete nieder und ließ die kirchlichen Behörden herbeirufen. Sie kniete nieder. Da ist der Herr Jesus selbst leibhaftig anwesend. Und so müssen auch wir, auch ohne ein solches sichtbares Wunder, müssen wir wissen, dass jede Eucharistie ein Wunder ist. Denn Rot und Wein werden in Fleisch und Blut des lebendigen Gottes gewandelt, der Einheit mit uns haben will. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, wird jeder, der mich isst, durch mich leben, spricht der Herr. Johannes 6, Vers 6, 50, 57. Und da ist dieses Brot. Und er sagt das ja in Johannes 6, 51 auch. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabkommt. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und wir sind halt verpflichtet, dies würdig zu empfangen. Die Priester sind verpflichtet, uns dies würdig zu geben und uns auch darauf hinzuweisen, immer wieder aufs Neue. Ey, das ist der Leib des Herrn Jesus Christus. Genau, und dass wir den auch würdig empfangen. Genau. Dass wir vorher beichten gehen. Dass wir nicht im Zustand der Todsünde den Leib an uns nehmen, weil wer unwürdig am Mal des Herrn teilnimmt, der isst und trinkt sich Gericht. Auch in der Didache, älteste Kirchenordnung entstand zwischen den Jahren 80 und 90 in Syrien, steht auch mit Bezug auf Matthäus 5, 26, was ich gerade vorgelesen habe, dass wir unsere Streitigkeiten, unsere Sünden bereinigen sollen, bevor wir die heilige Eucharistie empfangen. Also ist es nichts, was sich die katholische Kirche irgendwann mal ausgedacht hat. Ne, das ist seit apostolischer Zeit so. Was auch sehr interessant ist, komm, wir werden vielleicht ein bisschen ausschweifen da jetzt, aber Fegefeuer, ne? Ja. Guck mal, 5, 23, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. So, wir sollen halt im Frieden in unserer Gemeinschaft leben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, achte deinen Nächsten höher als dich selbst, ne? Und wir sollen nicht im Zustand der Sünde das heilige Opfer empfangen, die heilige Eucharistie. Denn so wie auch die Juden das Passachlamm geopfert haben, haben sie es auch selber gegessen. Und der Herr Jesus ist das wahre Passachlamm. Und interessanterweise geht es so weiter. Warte, warte, hier. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist, sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen. Wenn ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast, das ist das Fegefeuer. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ja, aber du kommst dort heraus. Und im ersten Gerüterbrief steht ja, deine Werke werden geprüft mit Feuer. Sind sie aus Holz und Laub gebaut oder sind sie aus Gold und Silber gebaut, weil die, ob die dem Feuer standhalten. Und du wirst gerettet werden, aber wie durchs Feuer. So. Was heißt das für ein Zusammenhang? Das Opfer und das Fegefeuer. So, wir Katholiken, wir bringen die Heilige Eucharistie da für die Armsehne im Fegefeuer, um ihr Leid zu lindern. Was sagt der durchschnittliche Protestant? Ja, das ist unbiblisch. Wir gucken mal, 1. Samuel. So, die Opfergabe für die Armsehne im Fegefeuer. Los. So, guck mal. Weil erst mal in Matthäus der Evangelium wird erst mal die reine Opfergabe erwähnt, mit direktem Zusammenhang zu dem Fegefeuer. Aber Fegefeuer, wo steht das in der Bibel? Was haben Opfer mit dem Seelen im Fegefeuer zu tun? Ja. Guck mal hier. 1. Samuel 2, Vers 6. Der Herr macht tot und lebendig. Er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. So, das Totenreich wird auch als Gefängnis beschrieben, so wie es im Matthäus-Evangelium war. Es ist ein Wartebereich im jüdischen Glauben gewesen. Auch die jüdisch-rabbinischen Texte, Midrash und Talmud, bezeichnen dieses Totenreich, den Hades in Sheol, ganz klar als Wartebereich und als Läuterungsort. Auch Abraham sagte in Trauer um seinen Sohn Josef, als er in Ägypten war, meine Seele fährt zum Sheol. Er sagte nicht, meine Seele fährt zum Himmel oder in die Hölle, weil Abraham ist einer der 24 Ältesten, die zwölf Patriachen und die zwölf Aposteln oben im Himmel. So, okay, also 1. Samuel 2, Vers 6. Der Herr macht tot und lebendig. Er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. 1. Samuel 2, Vers 6. So, jetzt gucken wir mal in 2. Samuel, Kapitel 1, Vers 12. Ne, wir fangen an bei Kapitel 1, Vers 11. Da fasste David sein Gewand und zerriss es und mit ihm alle Männer um ihn. Sie klagten, weinten und fasteten bis zum Abend wegen Saul, seines Sohnes Jonathan, des Volkes, des Herrn und des Hauses Israel, die unter dem Schwert gefallen waren. Und sie klagten, weinten und fasteten für die Toten. Genau. Sie haben halt auch für die Toten gefastet, gebetet, Opfer dargebracht. Das heißt, wenn der Tote direkt im Himmel gewesen wäre oder gekommen wäre, wenn es kein Fegfeuer gäbe, müsste man das ja nicht machen. Weil entweder ist er in der Hölle, da gibt es eh keine Hoffnung mehr oder er ist im Himmel und da ist er ja schon... Ja genau, dann braucht er keine Fürwitten mehr. Genau. Aber wir gehen noch mal noch genauer darauf ein. Also, das ist jetzt 2. Makabea, Kapitel 12. Ich lese mal vor, ab Vers 39. Da geht es um eine Schlacht, wo halt viele Juden gefallen sind und dann, werden wir es gleich sehen. Am nächsten Tag kamen die Leute des Judas, also nicht Judas Iskariot, sondern Judas, das war der Anführer der Makabea, die halt die Israeliten von den Griechen befreit haben. So, am nächsten Tag kamen die Leute des Judas, um die Leichen der Gefallenen zu überführen. Es war inzwischen höchste Zeit geworden. Und sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten. Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren Kleidern Amulette der Götter von Jamnia trugen, obwohl das den Juden vom Gesetz ja verboten ist. Sie haben gesehen, dass die Toten Juden Amulette gefangen haben, Götzenamulette, die denen verboten waren. Da wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren und sie priesen nun alle das Wirken des Herrn, des gerechten Richters, der das Verborgene ans Licht bringt. Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangenen Sünden wieder völlig ausgelöscht werden. Also, die Juden haben für die Toten zu Gott gebetet, dass sie ihren Sünden vergeben wird. Das machen wir ja auch in der katholischen Kirche. Das machen wir ja auch, genau. Für die armen Seelen. Genau, für die armen Seelen. Weil sie selbst für sich nichts tun können, laut katholischer Lehre. Genau, arme Seelen sind halt Leute, die sterben, die auch ins Himmelreich aufgenommen werden, die nicht in die Hölle gehen, die aber noch einer Reinigung bedürfen. Und wir können für sie halt Opfer bringen und für sie beten. So, aber geht noch weiter. Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangenen Sünden wieder völlig ausgelöscht werden. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden reinzuhalten. Sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen das Vergehen der Gefallenen gehabt habe. Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten und schickte etwa 2000 Silberdrachme nach Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Denn hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Sodass wir auch an die Auferstehung glauben. Und wir glauben, dass die Seelen der Toten, die in der Gnade sterben, in den Himmel gehen. Und dass sie halt unter Umständen noch einer Reinigung bedürfen. Wie im ersten Korintherbrief steht ja, deine Werke werden durch Feuer geprüft. Aber du wirst gerettet, aber wie durchs Feuer. Und der Herr Jesu spricht ja auch da vom Gefängnis, was ja einen Bezug wohl auf den Sheol hat. Den alttestamentlichen Begriff für das Totenreich. Was nicht die Hölle ist, aber auch nicht der Himmel. Denn der Herr führt hinab ins Totenreich und führt auch wieder herauf. Es ist der Läuterungsort. Aus der Hölle kann man ja nicht mehr raus. Genau. Das ist ja endgültig. Genau, was richtig interessant ist. Ich habe so eine alte Lutherbibel. Und da habe ich früher gerne drin gelesen. Als er auch Protestant war. Und heute blätter ich es zwischen euch auch mal. Aber ich finde die Übersetzung nicht so gut. Aber die hat mir echt gut geholfen, katholisch zu werden. Weil in diesen Texten von Samuel, da steht in der Lutherbibel, Gott führt in die Hölle und wieder herauf. Da dachte ich mir, wie? Der führt in die Hölle und wieder herauf. Die Hölle ist auch ein ewiger Ort. Die ewige Verdammnis, die ewige Gottesferne. Dann habe ich mir andere Bibelversetzungen. Ich habe mehrere Bibeln zu Hause auch. Da habe ich geguckt. Okay, da steht da Totenreich, Hades, Sheol. Und dann ist mir aufgefallen, okay, Luther übersetzt Sheol und Hades immer mit Hölle. Also deswegen auch der Nicht-Glaube oder die Unwissenheit über das Fegfeuer. Luther sagt ja in seinen Texten selber, er weiß nicht, ob das Fegfeuer real ist oder nicht. Oder ob die Opfer was bringen. Wohingegen die Kirchenväter ganz klar sagen, dass das Opfer für die Toten was bringt. Zum Beispiel die heilige Monika, die Mutter des heiligen Augustinus, wird von Augustinus in seinen Büchern Bekenntnisse ganz klar zitiert. Wenn ich gestorben bin, gedenkt meine am Altar und bringt für mich das Opfer da. Weil sie halt davon ausgeht, dass sie im Fegfeuer das Opfer benötigen, gereinigt zu werden. Tertullian sagt auch, am Todestage der Christen feiern wir wie an ihrem Geburtstag und bringen für sie und ihre Seelen das Opfer da. Und deswegen kann man ja auch in der katholischen Kirche heilige Messen lesen lassen für Verstorbene. Ja klar, und bei jeder Eucharistie wird ja auch für die Verstorbenen auch gebetet in der Regel. Und auf jeden Fall, hier im Makabea-Buch siehst du ja auch, dass es auch jüdisch war. Es werden natürlich viele Protestanten beispielsweise sagen, ja, es sind Apokryphen, nein, es sind es nicht. Alle Kirchenväter benutzen die Makabea-Bücher. Auch die Makabea-Bücher werden auch in der Bibel überall, findest du Übereinstimmungen damit, im Neuen Testament vor allem. Und die Kirchenväter benutzen die Makabea-Bücher mit ganz lauterem Herzen. Du siehst das halt ganz ehrlich. Hippolytus von Rom schreibt ganz klar, in den Makabea-Büchern steht dies und jenes. Also nicht irgendwelche versteckten Hinweise, das könnte, ne, die zitieren es ganz klar, die Makabea-Bücher. Deswegen, weil es der Bibelkanon bei der dritten Synode von Kartago im Jahre 397 bestimmt wurde. Ja, katholische Bischöfe haben in der katholischen Kirche bestimmt, was in die Bibel kommt, was bis heute noch maßgebend ist. Da waren die Makabea-Bücher dabei. Und fertig. Auf jeden Fall, das Opfer für die Toten, ne, für die Seelen im Fegfeuer. Das ist halt einfach biblisch und das wurde auch immer so gehandhabt. Ich habe auf meinem Channel auch ein Video, theologische Grundlagen zum Fegfeuer. Da zitiere ich auch ganz viele Kirchenväter, ne, zum Fegfeuer. Oder katholisch in Deutschland heißt der Kanal. Ja, auf jeden Fall. Wo sind wir davor stehen geblieben? Beim Opfer der Heiligen Eucharistie, ne? Genau. Das ist halt die ganzen... Also es ging um die Geschichte aus diesem Buch hier, wo dieser jüdische Pfandhausbetreiber die Hostie geschändet hat. Und es ging dann so aus, der Hostienschänder und seine Frau wurden eingesperrt und verhört. Sie gestanden alles. Die Frau und die Kinder bekehrten sich und baten um die heilige Taufe. Der Sünder jedoch blieb verstockt. Die wunderbare heilige Hostie wurde in der Kirche von Saint-Jean in Paris bis zur französischen Revolution 1789 aufbewahrt. Wo ehemals das Pfandhaus stand, wurde später die Kirche Saint-Germain-de-Bilet erbaut. Dieses große Wunder wird von vielen berühmten Geschichtsschreibern bestätigt. So, Quelle aus der Buchdruckerei Casals in Barcelona. Also, ihr Lieben, zur heiligen Eucharistie könnte man, wie gesagt, noch zehn Stunden sprechen und über eucharistische Wunder ebenso. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, was passiert in der heiligen Messe. Welche Pflichten haben wir als Katholiken? Welche Pflichten haben wir als Laien? Welche Pflichten haben wir als Priester? Was sagt die Bibel dazu? Was sagen die Kirchenväter? Was sagen die Wunder? Und was sagen vor allen Dingen diejenigen, die nicht an die, oder die Feinde der Kirche, die Feinde der Kirche wissen nämlich ganz genau, dass der Herr gegenwärtig in der Eucharistie zugegen ist, also in der heiligen Hostie zugegen ist, nach den Wandlungsworten des Priesters. Sonst könnte man so eine Hostie nicht für 500 Euro, Dollar irgendwo auf dem Schwarzmarkt verkaufen damit. Aber leider sind sich die Priester dem nicht mehr so bewusst, hat man leider das Gefühl. Und ganz interessant, La Salette, ein kleines Dorf in den französischen Alpen, da erschien die Mutter Gottes, kirchlich anerkannt. Und hat da erschreckende Prophetien abgegeben. Also eine gute Prophetie, eine sehr interessante ist, dass sie zum Beispiel die Wiederkunft Napoleons vorhergesagt hat. Das war 1846, zu dem Zeitpunkt war er auf St. Helena in der Verbannung, eine kleine Mittelmeerinsel. Man hätte niemals gedacht, dass Napoleon wieder an die Macht kommt, ist er aber. Das hat sie da auch vorhergesagt. So, sie sagt zum Beispiel hier, ganz erschreckend, wie so eine Vorausschau auf heute. Da sagt Maria zur Melanie, so hieß das Mädchen, dem sie erschienen ist. Die Priester, Diener meines Sohnes, die Priester sind durch ihr schlechtes Leben, ihre Ehrfurchtlosigkeiten und ihre Petitätslosigkeit bei der Feier der heiligen Geheimnisse, die heilige Eucharistie, die Sakramente generell, durch ihre Liebe zum Gelde, zu Ehren und Vergnügungen, kloakener Unreinigkeit geworden. Ja, die Priester fordern die Rache heraus. Und die Rache schwebt über ihren Häuptern. Wehe den Priestern und den gottgeweihten Personen, die durch ihre Treulosigkeiten und ihr schlechtes Leben meinen Sohn von neuem kreuzigen. Die Sünden der gottgeweihten Personen schreien zum Himmel und rufen nach Rache. Und siehe, die Rache ist vor ihren Türen. Denn es gibt niemand mehr, der die Barmherzigkeit und die Verzeihung für das Volk erfläht. Es gibt keine großherzigen Seele mehr. Es gibt niemand mehr, der würdig wäre, das makellose Opferlamm, den Herrn Jesus Christus, dem ewigen Gott, dem Vater, zugunsten der Welt aufzuopfern. Gott wird in beispielsloser Weise zuschlagen. Und wir den Bewohnern der Erde. Gott wird seinen ganzen Zorn völlig freien Lauf lassen. Und niemand wird sich so vielen vereinten Übeln entziehen können. Die Häupter, die Führer des Gottesvolkes haben das Gebet und die Buße vernachlässigt. Und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt. Sie sind irrende Sterne geworden, die der Teufel mit seinem Schweife nach sich zieht, um sie zu verderben. Gott wird der alten Schlange gestatten, Entzweihung unter die Regierenden, in allen Gesellschaften, in alle Familien zu bringen. Man wird körperlich und geistige Peinen erleiden. Gott wird die Menschen sich selbst überlassen und wird Strafgerichte senden, die während mehr als 35 Jahren aufeinander folgen werden. Dann kam der Erste Weltkrieg. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg, Französische Revolution, vorerst. Ja, vorerst, ja genau. Das ist ja eine Zeit, da war die katholische Kirche ja viel ehrpflichtiger als heute. Also gerade jetzt der deutsche Standard. Also die deutsche Kirche ist definitiv nicht der Standard, den man weltweit kennt in der Kirche. Also was hier im Zirkus manchmal ist, der deutschen katholischen Kirche, das ist jetzt in anderen Regionen der Welt nicht der Fall. Und hier guck mal, diese ganze Prophetie beginnt mit der Ehrfurchtlosigkeit bei der Feier der heiligen Geheimnisse durch die Priester. Dadurch, dass man die Ehrfurcht verloren hat, zieht das den Zorn Gottes auf uns. Auf uns, ja genau. Und wenn wir uns dann die heutige Situation angucken, ja, damals wie gesagt, wie der Gordon sagte, waren die Priester und die Gläubigen viel ehrfürchtiger als heute. Und das zog nach sich, dass es zwei Weltkriege gab und die Französische Revolution, wo Millionen von Menschen aufs Übelste abgeschlachtet worden sind. Und ich will nicht wissen, was diese Ehrfurchtlosigkeit heute, wo Jesus mit der Zange verteilt wird, wo Laien, die ungeweihte Hände haben, den Leib des Herrn verteilen, ohne, also dass man auf ihm rumtrampelt. Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Wie König Salomon Prediger sagt, alles, was mal war, wird nochmal sein und alles, was gewesen ist, wird wiederkommen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind. Das, was diese Priester hier machen, das ist wirklich ein Haschen nach Wind. Was aber auch nicht heißen soll, dass alle Priester schlecht sind. Das ist jetzt keine Sendung gegen Priester, sondern es, also ich bin für jeden Priester dankbar. Es gibt unglaublich viele gute Priester und dank dieser guten Priester durfte ich mich bekehren. Ja klar, ich durfte katholisch werden. Ich war vorher auch Protestant. Wenn es keine guten Priester geben würde, wären wir nicht hier. Dann gäbe es die Kirche nicht mehr, wahrscheinlich. Aber vor Ort in der Hölle werden die Kirchen nicht überwältigen, sagt der Herr Jesus. Aber diese ganze Ehrfurchtlosigkeit bei der Heiligen Eucharistie, Gott selbst ist gegenwärtig in Form des Brotes und man verteilt es da wie Smarties, wie Kekse und alles krümmelt auf dem Boden. Die werden geklaut und geschändet und so. Und gerade was du vorgelesen hast mit dem eucharistischen Wunder, das ist ja nicht irgendeine Legende, die man sich irgendwo ausgedacht hat. Es gibt ja unzählige eucharistische Wunder in der ganzen Kirchengeschichte und die werden ja auch überprüft. Und dokumentiert, festgehalten. Von eucharistischen Wissenschaftlern. Genau. Der ist nicht irgendwie Priester, der sagt so, ach cool, guck mal, da ist ein Tropfen Blut auf dem Brot, das ist voll das Wunder. Nein, das sind eucharistische Wunder wie Lanciano aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Da wurde aus einem Stück Brot nach der Wandlung blutendes Fleisch. Unverweslich bis heute. Über 500 Untersuchungen der WHO konnten nicht erklären, warum dort lebendiges, mehrere Jahrhunderte, Jahre altes Fleisch, Fleisch, unverweslich am Bluten ist. Das eucharistische Wunder vorliegen ist, wo du auch mal eine Sendung drüber gemacht hast. Wo da auch von Pathologen, von der Gerichtsmedizin, von alles untersucht. Man kann sich nicht erklären, da ist ein Stück lebendiges Herzmuskelfleisch. Das Interessante ist auch bei den eucharistischen Wundern, sie haben in der Regel Blutgruppe AB. Blutgruppe AB ist die typische Blutgruppe für Hebräer. Und gerade mal 2-3% der Weltbevölkerung haben Blutgruppe AB. Und diese Blutgruppe ist dieselbe Blutgruppe, die auf dem Turiner Grabtuch zu finden ist. Also abschließend, damit wir die Sendung nicht zu lang machen, würde ich sagen, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass alles, was böse ist, alles, was schlecht ist, dass das aufgrund dessen passiert, weil wir Gott gegenüber ehrfurchtlos sind, weil wir seiner, vor allem was die Eucharistie angeht, und ja, damit sich etwas ändert, müssen wir uns bekehren. Das ist der einzige Weg. Ja, und wir müssen halt, ja, Buße tun, beten, Fasten, gerade für die umbekehrten Sünder beten, wie die Mutter Gottes es auch in Fatima gefordert hat. Wir müssen für unsere Priester beten, nicht einfach nur kritisieren. Also es ist vielleicht so, als ob wir so voll die Kritiker sind. Nein, sind wir in Wahrheit gar nicht. Wir wollen natürlich so einige Sachen so schon ansprechen, wie wir uns als Laien, die wir gerne die Heilige Messe besuchen, wie wir uns auch fühlen, wenn dann da Kommunionhelfer sind, wenn da, weiß ich nicht. Oder der Priester in der Bank sitzt und auf einmal eine Frau da vorne steht und irgendwas von sich gibt, was ihr überhaupt nicht zusteht. Ja genau, ist nichts Frauenfeindliches, aber wie du schon sagtest, eine Frau kann nicht in Persona Christi handeln und fertig. Und vorne am Altar haben die geweihten Männer, die Priester, die Diakone, die Messdiener. Und auch nicht wir als Männer, weil wir nicht geweiht sind. Wir haben genauso wenig Rechte wie eine Frau, uns vorne am Altar zu stellen. Ja richtig, wir können uns vor dem Altar, vor den Stufen niederwerfen und den Herrn anbeten, aber da vorne hinstellen und irgendwie eine Show abziehen. Deswegen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, willst du Kommunionhelfer werden? Ich würde ganz klar sagen, nein, das steht mir gar nicht zu. Dann frage ich mich, warum es dann da diese Laien-Kommunionhelfer gibt, obwohl die es ja nicht auch wissen, dass es nicht richtig ist. Wollen die sich jetzt irgendwie so in den Mittelpunkt stellen? Wollen die sich wichtig machen? Wollen die jetzt so, fühlen die sich mächtig, wenn die den Leib des Herrn austeilen? Warum lassen die Priester das zu? Da stehen dann manchmal die Priester und gucken zu, wie der Laie die Kommunion austeilt. Ja, eine Freundin sagte zu mir, also sie ist zur Kommunion gegangen und links war so eine Kommunionhelferin und rechts der Priester und sie hat dann so ihr zugewunken, kommen Sie doch her und holen Sie sich den Leib Christi ab. So, als wenn das irgendwie so ein, sie hat sich richtig aufgeregt, weißt du? Ja, natürlich. Die Frau kann doch gar nicht wissen, ey, fühlt sie sich nicht würdig, war sie nicht beichten, ist sie eine schwerer Sünde oder hat sie, weiß ich nicht, ist sie vielleicht geschieden und darf gar nicht zur Kommunion. Oder vielleicht ist sie, vielleicht gar nicht katholisch. Genau. Und dass dann sowas abgeht, naja, wie auch immer. Ihr Lieben, wir beenden diese Sendung an dieser Stelle. Wir müssen uns bekehren, die Leute müssen wissen, was geht ab in dieser, also was die Wahrheit ist. Die Priester sind dazu aufgefordert, die Wahrheit auszusprechen, auch wenn sie oft unbequem ist und nicht passt. Aber nur wenn wir die Wahrheit verkünden, wenn wir die Wahrheit sagen, kann sich etwas ändern, wird sich etwas ändern. Ansonsten werden wir in diesem Sumpf versinken und ich weiß nicht, was uns erwartet. Ja. Was wird uns wohl erwarten? Ich weiß es nicht. Irgendwann stehen wir vor dem Herrn und dann müssen wir uns dafür rechtfertigen. Jedes einzelne Follower aus unserem Mund. Gordon, du hast recht. Ja. Ich danke dir für das Gespräch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Gordon hören wollt, Katholisch in Deutschland heißt sein YouTube-Kanal und wir werden uns mit Sicherheit hier auf Menschenfischen wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020